schönen tag zusammen ja willkommen bei meinem neuen kleinen film gestern abend da war ich mal wieder im revier es war herrlich 20 grad sonnenschein schwirrende mücken um einen rum eigentlich war ich deswegen unterwegs mal nach ein paar vögeln zu gucken aber wie immer es kommt anders als man denkt und da habe ich was gesehen und da habe ich mich täuschen lassen ich habe zwei rehe durch feld flitzen sehen der eine reh hat ein anderer re verfolgt naja ich habe erst treiben drehe aber das kann überhaupt nicht sein weil das treiben der böcke das beginnt ja erst im juli viel zu früh und der bock trägt auch noch voll im bast aber man hat ja zeit und kann sich das alles meine ruhe hier im film angucken und was ist passiert ganz was anderes ist passiert es gibt revierkämpfe unter den drehen erst treibt die ricke den bock vor sich vor und dann dreht der bock den spieß wieder rum und treibt direkt vor sich her und zugucken zugucken zu und am liebsten das gottisch highland kettles auch so noch ruhe aus irgendwie hat immer wieder spaß den zuzugucken film ist nicht schon ich habe sie schon hin und wieder mal gefilmt denn die sind eigentlich auch recht sensibel macht nichts ich habe ein teleobjektiv und hat ein bisschen ruhe und zeit mitgebracht zeit jetzt aber zeit in firma zu gucken viel spaß dabei und bis dahin tag zusammen ja Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020